Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in dieser Stadt? Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in dieser Stadt? Ach, was für ne schöne Stadt! Wir haben Backsteinhäuser, die sehen aus wie Zippel. Hier kauf ich aber gerne ein. Wir haben den Kurpark, wir haben ein Schwimmbad, ja wir haben sogar ein Karstadt und ganz viel Kultur. Ja das haben wir auch, wir haben sogar einen alten Kran, da darf aber keiner rauf. Und eine Salzsau, alle sind ganz wild, diese Salzsau, überall in der Stadt steht. Und Diskos haben wir auch, dort kostet das Bier nur 4 Euro, plus 2 Euro Frank. Die Ilmenau ist gleich um der Ecke. Und finden wir Stinze, mh lecker Stinze. Wir haben Reden, aber schmecken gut. Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sag mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Ach, diese wunderschöne Stadt. Hier fahren Busse. Leider nur bis 8. Aber dann kommt der ASN. Der sammelt uns dann ein. Ach, was für ne schöne Stadt. Nimm die Beine in die Hand und schau auf die Uhr. Ohne du bleibst hier einfach stehen. Nimm die Beine in die Hand. Schau auf die Uhr. Bitte, 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 bleib hier einfach stehen. Nimm die Beine in die Hand. 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 Bitte sagt mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sagt mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sagt mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sagt mir jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Dann gibt's dann noch den Lümi. Er verkauft Heelerware. Lümi. Autoradius oder PC-Games. Lümi. Xbox oder Playstation. Lümi. Handys oder Navigationsgeräte.